Die schönen Motiv waren für uns im Nächsten, in dem wir uns auch gleich die Probleme von Arbeiten, die Probleme von Arbeiten. Das ist der Karnevalsumzug 2017 eröffnet, es kann losgehen. Viel Spaß, habt Freude, lacht und singt. Passt auf euch auf und vor allem auf die Kleinen. Und wir sehen uns gleich, wir sind irgendwo in der Mitte. Haltet die Hände hoch und wir werden euch beschweißen. Bis dahin viel Freude und viel Spaß, es kann losgehen. Auf unser Prinz im Paar, Samu der Erste und Rekala der Erste. 1-3 war es er vor die A. Schönen Umzug, tolles Wetter und los geht's. Eröffnet wird unser Umzug mit dem Kantarenorchester, Erfurt TV. Erfurt, der 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 Erfurt. Er ist ein Star aus fünf Prozent Mitgliedern von Jung bis Alt und ist immer auf der Suche nach neuen musikbegeisterten Mitgliedern. Unter neuer Leitung von Erd Pfeisler freuen wir uns auch in diesem Jahr. Sie wieder im Karnevalsumzug musikalisch, dass sie uns da musikalisch begleiten. Und als zweite sehen wir hier natürlich den preußischen Soldat als Eröffnungswagen, wie das in jedem Jahr gesagt ist. Ich glaube, ich wusste, dass der dabei ist. Na klar, ist er das. Wer die bei uns nicht gewohnt hat, die habe ich jetzt getroffen. Das Komitee der GEC. Wir narren sie in jedem Karren. Auf dem Wagen Thomas Kämmerich als Präsident, Bettina Müller als Schatzmeisterin, Mendy Liditschke als Präsidiumsmitglied, Monika Lippmann, Maria Kuh als Komitee-Mitglied und natürlich unser Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Weil es ja dann jetzt schon oben ist, denn eben stand er ja noch hier bei uns auf der Bühne. Ach, Andreas ist schnell. Der hat lange Beine, das schafft er schon. Jawohl, er hat es geschafft. Der Wagen rollt. Warum, Nathals, und feiert ihr nicht? Ja, das frage ich mich auch. Feiert mal einen schönen Umzug. Und jetzt begrüßen wir den Tettelstädter Karnevalclub e.V. Sie haben in diesem Jahr ihr Jubiläum. Sie sind nämlich 30 Jahre in den Karneval vereint. Ihr Motto in diesem Jahr, ob vorn oder fleißig, der TKC wird 30. Unter der Leitung des Präsidenten Jürgen Matern haben ungefähr 60 Mitglieder einen halben Spaß da oben aufgewagt. Aber ihr seid nur der Elferrat, ne? Nein, guck mal, was heißt nur ohne Elferrat? Geht ja gar nichts, nicht? Na aber, na aber. Der Elferrat, der wirft von oben die Kamelle runter. Habt recht viel Spaß hier im Erfurter Umzug. Wir freuen uns, dass ihr gekocht seid. Schönes Wetter habt ihr mitgebracht. Wir freuen uns, dass ihr euch, dass ihr uns eingeladen habt. Und grüßen Erfurt mit einem dreifachen Dettelstädt. 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 Kommen wir uns im Zug. Jawohl. Und der Elferrat hat natürlich im Anschluss noch zwei Gaben mitgebracht. Ein Tanzmariechen. Eine gemischte Tanzgruppe. Das sind die Weißbach-Drosseln. Dann die lustigen Weiber und die Landsknechte sehen wir hier alle noch. Ja, und das bei einem Dorf, das 660 Fehlern hat. Hut ab. Dettelstädt. Ola. Dettelstädt. Ola. Aber wir waren das gleiche Mal im Bereich D. Und das geht. Und am Holzer Malta. Als nächstes sind wir hier die Karnevalsverein, die Füchse-Info. Auch sie haben diese Gereinigstilierung. Nämlich 20 Jahre sind sie aufgemacht. Und ich glaube, das kann man hier auch sehen. Unter diesem Motto feiern sie halt. Habt ihr eine tolle Sitzung gehabt, denke ich mal. Viel Spaß dann heute bei unserem Umzug. Gute Laune habt ihr mitgebracht. Ja, das sehe ich. Super. Dann guckst du da oben. Ja, das ist wild. Und in ihrem Programm haben sie natürlich jetzt die letzten 30 Jahre Revue passieren lassen. Und das kann nur ausgelassen und weitergewiesen sein. Ja, ihr Präsident Roman Grischke und sie haben ein Grinsenpaar auf dem Wagen. nämlich kommt in Ersten und Julia die Dritte. Es ist das schönste Prinzenpaar. Das ist und klar, das kommt natürlich aus Witterdorf. Ja, danke schön. Wir haben uns heute alle mitgebracht, unser Prinzpaar schon gesagt. Unsere Präsidentin, den Herrn Roman Grischke. Unser Traberwart, egal aus Prinzpaar ist, egal aus Traberwart. Ja, ich kann es nicht alles aus, wenn das Zeug ist. Und das ist jetzt so. Von daher ist es, dass nicht jeder in Kraft. Ihr erster Punkt ist, dass die Impfung es nicht wird. Sie machen sich jeder mit Kopf und auf den Glocke. Es ist ein Leichen deutschlandliches und ein Leichen. Ich wollte die Lage nachteln. Ich hoffe, der Tier hat zum ersten Bereichen 7. Und jetzt ist es auch so. Und jetzt ist es auch so. Und jetzt ist es auch so. Tolle Besiktion. Weiter, Mo. Viel Spaß. Und jetzt ist das Interessant. Das ist der Kinder-Tourport Piccolino. Erstmals dabei. Ihre Chefin ist Lisa Piolde. Sie sind ein Kinder-Tourport aus Erfurt. In Erfurt und Venedig trainieren Sie mit 16 Mädchen und Jungen zwischen 6 und 16 Jahren und ihre Trainerinnen. Wir begrüßen den spielbaren Karnevalsverein. Unter dem Motto Aus den Vereinen holt man jeden Euro raus. Für Stadion gibt man es gerne aus. Herzlich willkommen. Ein super Motto, das spritzt, denke ich, manchen Erfurter aus dem Herzen. Der Präsident ist Mario Hauschild und Sie feiern die Gäste in der 24. Karnevalssession. Mit dem heutigen Auszug endet die Session 2017. Und Sie möchten sich bei allen Ihren Gästen ganz herzlich bedanken für die Treue und die vielen, vielen Veranstaltungen, die die Gäste besucht haben. Sie haben doch einen tollen Schlachtbuch. Genau, wir machen das mal. Schmierer! 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 So, jetzt wird es laut, jetzt wird es aufgrund der erstbeführenden Kuppertkrieg erfolgt, Musikalische Verhältnismen, der Robert Zuckoff. In Erfurt. In Erfurt. Jungs, vor zehn Mädels, ich gebe Gas. Macht's schön, Osu. Hier sind wir schon die Karte. Sie haben ein märisches Jubiläum, nämlich viermal die Elf. Das heißt, sie sind 44 Jahre hier im Erfurt der Karneval unterwegs. Ihr Motto ist dementsprechend 44 Jahre. Warte, du, vier Schatten mehr. Ist das an die Kanzlerin gedacht? Ja, naja, sicherlich. Sie haben auch einen ganz tollen Orden dieses Jahr, nämlich die Kanzlerinnenraute. Ja, ihr Präsident ist fünfter Bartholome und ist im ersten Jahr im Amt. Wunderbar. Herzlich willkommen hier am Umzug. Im Februar 1973 sind sie mit der ersten Sitzung der Kultursgruppe der CDU Erfurt noch der Fahrzeuge sozusagen aus der Tauch gehoben. Und damit die karnevalistische Tradition der katholischen Gemeinde St. Joseph vor dem staatlich Verordneten ausgerettet. Das kriege ich schon mal heißen zu DDR-Zeiten. Und sie sind stolz Gründungsmitglied, sowohl des Landesverband Thüringer Karnevalisten als auch der Gemeinschaft Erfurter Karneval zu sein. Viel Spaß heute hier bei Blauen Himmel in Erfurt. Macht richtig was los. Der Fahrzeuge hat natürlich auch einen Mannschaftsverein. Das ist die Rathausgabe und jetzt wird es schwierig. Öschelchenrufe. Nach dem Umzug mit dem Rathausgabe, das ist ein Freiter im Semmelkopf. Und morgens war der Party, die hatten eine große Montagsparty und ihr seid alle eingeladen, wer noch keine Karten hat. Wien geht an der Abendkarte, gibt es gar nicht hier zum Welt. Und hier sind wir den... Oh, auch ein paar Schäden. Ja, auch ein paar Schäden. Ja, auch ein bisschen. Ja, das ist nur für euch natürlich. Ja, von Partidur. Ihr habt das Püro eingetreten mit der Ferne. Ja, nicht mehr. Ja, das ist nur für euch gebeitet. Ja, das ist nur für euch. Ja, ja, ja. Nicht mehr. Ja, nein, ich war es gar nicht. Ja, nein, ich war nicht. Ja, wir sind gerade ein paarья cœur. Wie eine Journalistische Vereine. Ein, 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 ein! Das hat sich allesmacher zu tun Leute hier. Und der Nachwuchs ist gesichert auch beim Pazidu. Auf jeden Fall. Das macht uns gar keine Sorge. Wunderbar, alles junge Leute dabei. Die Tradition des Karneval wird auf dem nächsten 24 Jahre fortwürdig stehen, glaube ich. Super, ihr seid schon aufgestellt. Viel Spaß heute. Hier kommt noch mehr. Nachwuchs, wunderschöne kleine Kostüme hier, also macht das nicht wirklich krass. Jetzt darf ich einen einzelnen Herrn begrüßen, den Jens Kolbe. Das ist nämlich der Ritter Pestus von der Schulzeiger Krüte. Und sein Motto ist in diesem Jahr die Kloster Prüger ziehen ins Morgennand. Aber er kommt diesmal nicht alleine, sondern hat einfach Kloster Prüger mitgepackt. Oh ja, ich kann hier ein bisschen um die Ecke leider stehen. Als nächstes folgt der Karneval Club Reseda 1967 e.V. Sie haben 50 Jahre Jubiläum und Ihr Motto ist 50 Jahre Rot-Weiß. Bei der Geriweda bleibt der Zeit. Ihr Präsident ist Nils Brandt und auch neu in Amt. Sie haben zwei neue Tanzmariechen wie Andi Mündensberg und Zoe Hitchell. Ein bewährter Akteur sowie der singende Kleingärter. Die Frauentanzgruppe und das Männerballet sind auch dabei. Herzlich Willkommen hier bei uns im Airport auf den Straßen und zum Motto. Super! Wir wünschen euch viel viel Spaß, schönes Wetter, habt ihr mitgebracht? Super! Und als nächstes haben wir hier gleich ein Pfingstenpaar zu begrüßen. Und zwar Prinz, Thomas I. und Sylvia I. Und Sie haben ein Kinderpfingstenpaar dabei. Sie beschleunen den I. und Werden I. Und alle gehören zum SCT-Stadtabend von Avald Club. Auch Sie haben ein Männisches Jubiläum, fünfmal die Elb. SCT-Stadtabend von Avald Club. Und wir grüßen die Stadernheimer mit einem Freitag. Stadernheim! Genau! Stadernheim! 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 Viel Spaß bei uns hier in Amt und auf der Straße. Sehr fleißig kamen. Das folgt uns sehr schön, das machen wir uns auch. Ja, wir freuen uns auch wieder, um dieses Jahr hier sein zu dürfen. Also, angeführt wird unser Prinzentag. Thomas I. Sylvia Derrasse. Unser schönen Kinder-Prinzentag. Hey, bist du ein kleines Wiener? In Ruhr-Weinheit natürlich. Traditionsfrauen in Ruhr-Weinheit. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich weiß, das ist so schön. Das ist so schön. Schönen! 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 Wir müssen zum Zaubermann haben noch drei Stück gemacht. Ja, das ist eine Ausflug. Jawohl! Daraufhin sind wir aus. Wir haben ihn aus. Wir haben ihn aus. Bis jetzt. Ich habe ihn geschickt. Ich habe ihn aus. Er fährt! Seid ihr nicht! Wir haben in diesem Jahr letztes! Wir sind im Ende! Sie haben eine Präsentation, die wir auf dem Baden begrüßen können. Wir haben den Ersten und Juliane die Erste. Sie kommen aus dem wunderschönen Weimarer Land. Sie haben 36 aktive und 8 passive Mitglieder. Und natürlich die Behinderungsstattung. Sie hören richtig toll. Genau so ist es. Aber hundertprozentig, das Ganze ins Raum. Und jetzt kommen wir an die Wandel. Und gleich geht es weiter mit dem Füßleber-Karneval-Flug. Ihr Präsident Frank Müller. Wir haben heute mit diesem Jahr. Es lieben die Gläser. Es ist heute der Saal. Der Füßleber-Karneval. Und auch ihr Ball. Sie lieben die Sie. Und der hat noch die Kanäle in der Erste. Und Sie haben die Wandel. 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 Das ist der Füßleber-Karneval-Club. Es war jetzt hier in unserer Füße vorbeigerollt. Sie sind in der Zertweinwäsche. Und Sie haben die Wandel, von der Staaten. Wunderbar. Sie hat sich in der 30 Jahr zur Füße. Und lieber, plattige Grüße aus dem Bergkreis. Überbringt der Füßleber-Karneval-Club. Ja und sie feiern natürlich ausgelassen. Bin nach Leben! Ja! Bin nach Leben! Hallo! Hallo! Schönen Aufzug! Danke! Weiter machen! Das sind natürlich auch Arme. Hier, für die Grüße. Super! Sehr schön! Was für Sauhe! Super! Ganz toll! Sehr schön! Als nächstes seht ihr hier die Pantane. Hübert baptisch! Super gut! Musik 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 We begrüßen euch ganz herzlich Gefolgt werden Sie vom DSV Erfurt North Enfau den Erfurt Indigo Rein functions Musik пот� Musik Musik Sport beim GFSV, Erfurt, Mott. Am Herzen Fútbol spielen sie die Niko. Und bei ihr spielern sie nicht mal so. Ob gibt, ob bin, ob groß, ob klein. Für jeder Anzeigenverein. Wie auch bist du in Weiß und Frau? Grüßen Sie euch mit lauten? Nochmal, Herr Bordea. Sieg und zackle, sieg und zackle. Wunderbar, das klappt doch für euch. Das hört sich gut an. Als nächstes begrüßen wir Gäste aus der Nachbarschaft, sozusagen. Es ist die Zukunft, so toll, Karnowalsgesellschaft. Das haben wir jetzt 69 Jahre alt. Jungen Präsident Peter Schmidt und auch eine Plätze vor, nämlich Thomas den Tätl und Steffi I. Hier morgen in diesem Jahr. Gangster, Gauna, Polizei, zum Brotchen, Faschings. Kommt jeder herbei. Na, da war noch mal krass. Sie behaupten, die schönsten Weigner waren natürlich, dass Männerwälle, sie sind bei den Wagenkälen zu gewunden haben. Da schauen wir dann gleich mal, wenn der Wagenkommt, genauer hin. Das ist die Zeitungsmöglichkeit. Das ist die Zeitungsmöglichkeit. Das ist die Zeitungsmöglichkeit. Das ist die Zeitungsmöglichkeit. Der Wagenkommt, das sind die Zeitungsmöglichkeit. Das ist die Zeitungsmöglichkeit. Und der G feiert die 48. Auch ein Zifferkulof. Aber leider haben wir keine Nutzung. Wir müssen ja jetzt sagen. Das muss man mal kurz schauen. Aber ich mach mal das Ziel raus. Super, danke. Super, danke. Super, danke. Ich muss immer ein Schubscheißer treffen. So, oder? Einfach, wer einfach alles besser weiß. Aber schönen Dank. Wir haben hier eine Hecke von der ersten Woche. Womit steht jetzt so? Gut und bleibt, aber als Kommentator ließ ich ja nur ab. Und da steht die Gemeinschaft, die verbessern natürlich gerne. Wir verbessern natürlich gerne. Es geht Gemeinschaft, meine ich. Hör auf! Drittolf Send dois! Dritt und bleibt, bleibt! Da, da, Sie, Sie, Sie! Hurry, 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 Times Maisie! 崑 Ja, unser larisches Blutfraut als die Gänstadt Gota, Heinz Thomas der Dritte und Steffi der Erste, grüßen euch hier am Straßenrand unserer schönen Landeshalbstadt. Und natürlich haben wir mitgebracht, unser Kinderprinzipar, unsere Nelly die Erste und Kölster die Erste. Hier gibt es den Mut, erfuhr ihr, erfuhr ihr, ihr habt mich müde hier mitgebracht. Ihr seht richtig fit aus. Genau, wir wurden schon raus dabei, also kann nichts passieren. Beflügel, alles dabei. Und jetzt kommt ihr zum Telefonizierwagen mit Mell-Panat. Herzlich willkommen hier zum großen Umzug in Herkos. Hello, die Gota-Kaderales-Gemeinschaft grüßen euch ganz herzlich mit Prinz Thomas den Dritten, Steffi die Erste und unser Kinderprinzipar, Kölster die Erste, Nelly die Erste mit einem Erfurtier. Hello, Gutsch. Hello, Kadei. Hello. Wir schicken uns auf die Frage, wir wünschen euch echt viel Spaß. Danke jedem so, super. Wir haben auch gleich einen Vorschlag für den Kugel mitgebracht. 2021 ist der Achterbahn und uns schön den Viertensberg von oben sehen. Morgen laden Sie alle 19.30 Uhr zum Montag, großen Montagsball ins katholische Gemeinderät. Hallo, ich weiß, ich bin dabei, ich hab das schon mal vorgebracht. Viel Spaß, auf euch rein. Dankeschön. Und wir sehen uns schon mal ein Quotchen. Wir begrüßen den ersten Eslema Karaballflug. Wir haben eine Patientin, das dich in Erster hat. Und sie ist in diesem Moment, soll es im Anteil haben. Ihr Motto, mit der Schüttelstegenden, Knappall wird niemand sein. Und für die Kugelstunde haben wir den letzten Paar gegen den ersten und bei der Erster. Wir haben eine Patientin von der Vora, Ex-Lehm. Herr Vora, ja. Herr Vora, ja, toll. Okay, ich bin hier sehr stark. Ex-Lehm, der E-D-Sche, Herr Vora. Und ich muss sagen, wir haben den einzigsten von Erzert. Ich weiß nicht, was wir essen, weil wir keine Weile, wenn ich die Vora durchsetzen kann. Ich finde das ganz ganz spätzer, wenn ich so gut in den Pumosen und nicht in den Pumosen habe. Ich weiß nicht, was wir verfallen, ne? Genau. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich weiß nicht, was wir haben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, da liegt jetzt ein bisschen drück in die Hand, das finde ich auch toll. Und zwar ist das Martin, der Franz, der zweite und Lilly, die erste. So, und jetzt haben wir hier den Elferrat. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und wir begrüßen unsere Moderatorin mit einem 3-Fach-Dorgerin. Exklimaite! 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 Exklimmaite! Exklimaite! Exklimaite! Exklima! Wer زeller IIcs hier braucht! Exklimaite! Exklimaite! Sozial-асklimaite! 화를 violence Ja, und wir haben auch noch ein Star-Cast mit, nämlich Melanie Müller, bei uns hier ist sie. Habt ihr die Bruder-Operate bereit, wenn ich auf ihr sofort konzentriertiere? Wir sind in der letzten Kette des Südlis des Erro-De-Karnewalds, während uns der Lenzen-Straße, dass die Kraft, die wir an den Erstmaler haben, da wo man einen von der Wüste war, wir haben einen Ausgang, der Wüste war, der Wüste war, und auch hier haben wir wieder in Folge Ruder, einen großen Sponsor des Erro-De-Karnewalds. Wir begrüßen die Sponsor der Wüste in Thüringen mit ihrem Chef Dieter Bauhaus und er hat sein Mädel mit auf dem Wagen gefreit und hat sie gegrüßt. In diesem Jahr ist hier, wo die Stimmung ist einfach, mit einem Männerstrang in der Szene. Die Stimme ist schon fast hinüber, aber nur fast. Und was hier so schön in blau-weiß an uns vorbeiziehen, ist der 1. Eckstädter Karnevalsschule mit dem Präsident Andreas Kämmerer. Ob warm, ob kalt, ist uns egal. Jedem Eckstädter feiern Karneval! Jawoll! Aber damit es nicht zu kalt war, haben wir etwas Sonne bestellt. Haben wir es gut gemacht! Und auch hier ein Prinzenpaar, Antoine der Erste und Annette der Erste und Jörg Lange im Prinzenpaar auch. Das ist der Prinzenpaar, Jakob der Erste und Toni der Erste. Herzlichen Glückwunsch hier in Irrwurz! Bereits zum 16. Mal nimmt der Eberbauer die Ost-Kommel-Lockstadt hier am Umzug mit teil. Ja, beim ersten Umzug war es noch eine Gruppe von 20 Leuten. Jetzt sind es schon der Tag ganz viele. Macht weiter so! Werden es immer größer und kommt jedes Jahr wieder! Bei uns rollt jetzt, wir sagen, der Erfolio Karnevalsverein im TV vorbei. Ihr Präsident ist Hans-Werner Linke. Dem ETV in seinem Lauf fällt weder Ochs noch Esel auf. Das wollen wir auch gar nicht! Und wir haben hier viel Spaß hier dann auf dem Sportplatz und in der Pannevalistenstraße, in der Türlin. Wir haben hier für den Nachdruck auf den Karnevalistischen Tanzspot und Höhepunkte bei den eigenen Veranstaltungen, dem Tanzcafé, Erfurt, Enkelhaar, Pfannrad, Soßestraße, Zollstadt, Wien, die Garten und die Schulte, den Augen der Manifikan, sowie der Showtanz, der Kuhhus und das Männerballett. Bei ETV ist ein aktives Betrieb der Gemeinschaft Erfolio Karnevals. Und darauf ein Erfolio! 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 Wiraren Ganonippe von Schiffen Musik 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 Es ist erstmals vorbei. Lachen und Scherzen sterben in Narrenherzen. Ja, Lachen ist gesonnen. Kannst du nicht, ne? Unbedingt. Es geht Schlagabschlag weiter. Der Karnevalsclub Graugold e.V. läuft hier jetzt an unserer Bühne vorbei. Ihre Präsidentin ist die Peter Rischewski. Ihr Motto ist Pop und Wohin nicht weh, statt Lutherkult beim KCB. Der KCB hat 184 Mitglieder. In diesem Jahr gibt es erstmals ein gemischtes Kinderpaar. Das stimmt. Gestellt wird es vom KKH und vom KCB. Vanessa Haupt ist zum dritten Mal Landesmeisterin im Tanz für die Stadt geworden. Und sie haben einen besonderen Schlagbruch, nämlich Raufau. 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 Herzlich Willkommen, liebe Herzen, wir freuen euch mit dem KCB. Raufau. 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 R Aber nicht nur einer, der lesen kann. Das war's für heute. Als nächstes grüßen wir den Mara Verkanerall Club. Mit ihrem Präsidenten hat Herr Schulz ihr Motto dies hier 57 Jahre MPC. Uns fragt ja keiner. Das Land Thürminden soll nämlich neu aufgestellt werden. Naja, da gibt es ja ganz große Streiten überall in der Presse kann man gehen, über Radio-Katanzieren. Und ich finde es ja auch nicht so gut. Man muss auch wenige Gemeinden sollen ihren Bestand haben und dieses Zusammenleben wird natürlich praktisch. Ja, die Stadt baut mit vielen ein neues Stadion und verschwendet dabei Millionen von Steuergeldern. Und dann wollen sie es wieder reinholen, indem sie Gemeinden zusammenleben. Und ja, ich weiß nicht, ich denke auch, wir haben die Mara aber schon recht, dass man sie dagegen etwas wehrt. Deshalb auch hier Motto, das schreibt ja keiner. Wir sollten wirklich mal ein bisschen die Natur, die sollten sich mal unter dem Namen umhören. Die haben die besten Vorschläge. Richtig. Also wir sehen auch, Karneval ist zwar wunsch und glücklich, aber es wird auch sehr ernste Themen immer wieder behandelt. Vielleicht ist das die Einzige der Oberen, mal ein bisschen aufzurechnen. Ja. Und für die Zukunft wünschen wir uns, uns fragt ja jeder. Wir grüßen euch. Dankeschön für die netten Worte. Wir grüßen die Mara und die Nachworte, meine Dreifachter und Mara. Ja. Frau Faru. Ja. Frau Mara. Ja. Seid ihr alle gut drauf? Ja. Dann lasst es uns wieder etwas in eurer Hände. Viel Spaß hier in Hamburg. Eine super Truppe. Also wir haben hier mal hier eine super Truppe. Die können aber auch noch aufholen. Ja. Wie so und Kostler. Ist doch ein Kostler. Habt ihr ja so mal nicht geworfen, ne. Ja. Wir hatten jetzt diesen Jahr tolle Kostümfälle unter anderem mit einer die Nacht der Menschen. Und die ist schon mal zu verpacken. Ja. Wie so gut. 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 auf die Landfahrzeuge, die darauf hinweisen sollen. Das war so groß passiert. Da kommt hier eine tolle Kitzel. Oh, das war toll. Ich weiß nicht, ich hab so viel, die sind toll aus. Tolle Flaschen! Die laufen von dahin. Die sind dahin drauf. Und eine tolle Idee. Sieht gut aus. Aber einige Flaschen scheinen schon raus zu sein. Wir finden es eigentlich nur in so einer Kiste. Und hier kommt jetzt wieder alles. Auf einen neuen Mann! Hier nehmen wir deine Brille ab, damit man deine Augen sieht. Jaaaa! Jaaaa! Babaria! 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 Ja! Das Kreuzerwetter haben wir an Schwanzi mitgebracht. Da haben wir drei von Schwanzi! Und! 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 Wir passen. Noch eine schöne Saison! Hier ist das Kinderfinzenpaar. Mein Gott! So viel Gurtmaterial an und Gurt. Unserer Prinzenpaar, unser Kinderfrizenpaar, Vincent Erste sowie seine Lieblichkeit, Marilyn Erste und unser großes Prinzenpaar, Morris Erste und seine Lieblichkeit, Berlin Erste, Speise praktisch! Und irgendwie ist uns Petrus in diesem Jahr wiederholt, also besseres Wetter hätten wir uns nicht ausgedrungen. Die Zahne strahlt bald so viel Jecken. Es ist einfach toll. Ich denke auch, Petrus ist allernah und zweitens würde er die Jecken ja auch sehen können. Wenn das alles zugemauert ist mit Wolken, hat er ja gar keinen Blick hier auf unser wunderschönes Erfurt. Richtig. Und hier begrüßen wir die Brands Dance Poppenny. Frau Linkmann, hätte man ein Buch das ganze Jahr hier beim FGP. Doch mal. Ja, was gibt es gar nicht. Herzlich willkommen in der Lacko. Ihr habt doch einen tollen Schlag. Zuckerpuppen. Genau. Probieren wir mal. Zuckerpuppen. 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 Super. Macht weiter so. Jetzt kommt das Festkomitee Erfurter Karneval 1954 GV. Wer epikar rund um die Welt, wir machen das, was uns gefällt. Ihre Präsidentin oben wird auf dem Wagen in Elmstein. Und das Festkomitee Erfurter Karneval. Ihr Leitgedanke ist, wir geben Ihren Vorsinn ein Trauser. Und wir lieben mit Erfurter. Erfurter. Heio. Erfurter. Heio. Erfurter. Erfurter. Heio. Super. Ich auch. Sie flüßen alle Namen. Die, die wir in der Zeitung gesucht haben. Und natürlich auch die Arbeit und den Spass heute noch unterstützt haben. Weil, so so verhaut sind wir heute mal. Unrechtlich, wir sind noch nahe bei Komponierter der Bühne. Für sie wird das neue Interesse. Wir sind immer aktiv auf der Bühne. Aber wir haben viel an die Kinder der Bühne. und die Rechte ziehen wir auf und ob wir in der Zeitung gelegt werden. Und sie brauchen dann den Schubelstag, und die Auseinerschubelstag. Heio. Heio. picksimientos. Gute Laune mitgelegt werden. Zu einem Schultesessen. Dankeschön. Wir grüßen euch mit dreifachen dollern und ab warte Ja. Heio. 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 Hey, er muss es sein. So ist es auch. Oh, mein Geld über die Kreuze, ich hab doch nicht... Ohhhh... Ohhhh... Das sind heute gut drauf, das sind Tausende von Leuten hier! Sie begrüßt ganz herzlich den Karnevalclub aus ALA! Und mit ihrem Präsident Ronny Johans! Ihr wollt in diesem Jahr, wenn ALA's Schenkel richtig leben, dann wird hier ein Karneval gelebt! Wir brauchen jetzt auch nur die Manche. Komm! Wir werden sehen! Wir werden beziehen! Wir haben jetzt aber noch eine Kreativche, Schupportmanns dabei, wir wollen es noch nicht mehr... Wir haben gerade so lange draufgezogen! Und wir holten uns genug mit, was wir brauchen! Und die Alaba feiert morgen ein riesen großen Rot aus Marien. Und die Kampfer, der liegt bei links an der Abendmosse. Wir werden euch bei Bord. Der Elberholzwagen der Nachtexpress soll an die ehemalige Kneippbahn erinnern, die bis 1969 von Erfro-Wetz-Fanis über Wintersleben und Aram bis nach Nordweg gefahren ist. Die Garten und die Kanzlerin in der KTA sind immer sehr erfolgreich an den beiden Thüringer Meisterschaften im karabinistischen Tanzsport dabei. Das stimmt, das weiß ich und macht weiter so. Ihr seid eine Luftgetruppe. Habt viel Spaß. Und die Alaba ein reiner Weißerfeuer. Schöner Aufzug. Hör! Hör! Und auch die Alaba. Grüß die Aufmerksamkeit und Anja Sprecher mit einem dreifachfertigen Alba! Hör! 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 Wir müssen die Freude bewegen. Jawohl!